Gido, du hast uns heute etwas Besonderes mitgebracht, für eine besondere Taufe heute. Was hast du uns mitgebracht? Also darauf, dass die Bierverscharem eine Wetzikerwurst kreiert, die natürlich das neue Wetzikerbier beinhaltet, zusammen mit dem feinen Fleisch, den wir verarbeiten. Jetzt Gido, der Schnitz macht die Wetzikerwurst und somit stechen wir ihn und hauen sie an. Wir rennen hoch und unsere Wetzikerwurst wird getauft und wir laden unsere Gäste ein, heute Abend natürlich in dieser Wurst zu probieren. Pitsch, ein Wetzikerbier zum Wetzikerfest. Warum machen wir dann noch Wetzikerbier fest? Ja, wir haben ja viel Bein, wir haben Postpapier. Und wir haben gefunden, im Wetziker wird schon noch ein zusätzliches Fest. Und wir sind auch noch auf den Bierfest gekommen. Aber jetzt Ruedi. Als erste Frage natürlich an dich. Was halt ist denn der Wetzikerbierfest? Also, ganz sicher ist es keine Bieridee. Bis jetzt bin ich noch nie auf Topfest gewesen, Bierfest gewesen. Und es ist schön, dass wir das jetzt als Wetziker haben, dass wir das hier geniessen können. Dann muss man nicht ausweichen. Darum ist es eine spitze Idee. Pitsch, was können wir dazu noch sagen? Ja, los. Los von Wetzikerbier. Ich würde sagen, mit dem Pitsch und Ruedi zusammen, schauen wir mal die Hahnen auf. Ruedi. Und wir sagen, Oh, das ist ein unverkühliges Bierfest im Wetziker. Viel Spass und viel Verflüge. Darf wir uns geniessen am heutigen Abend. Sind Wissenschaftlerinnen? Es ist die Freude zu dir, was? Jawoll! Warum schreit uns nach dem Wind, aber unsere Liebe liebt? Und jetzt alle die Wagen sehen, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle! Nur die Liebe, ganz allein weiß, was sie tut. Weg der Liebe führte uns auf Tümer, Stock und Start. Immer einmal öffnen, gleich der Äpfel, Wach und Mut. Nur die Liebe, ganz allein weiß, was sie tut. Es gibt den Sonnenschein, es gibt das Geld und es tut gut, wenn keines geht. Wir sind gut, wir sind gut. Wir sind gut, wir sind gut! Wir sind gut! Wir sind gut! Das war das Kino! Ja! Ja! Gut! Amen.